Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu Weekend League Rewards. Ich habe zwölf Siege geholt, habe ein Spiel hergeschenkt und ich war noch nie so froh über fucking zwölf Siege in der Weekend League. Ich habe mit dem England-Team gespielt, ich kann es gleich herzeigen und ich will auch noch was fragen, ob das, das ist bei mir seit drei Wochen so, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei anderen Leuten auch so ist. Hier sieht man die Rewards, die kennen wir und Picks machen wir gleich auf und die ganzen Weekend League Rewards. Wir sehen hier das Team und ich will dich nicht mehr sehen, 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 die nie mehr. Dich stoße ich am liebsten ab. Du warst okay und du warst auch einigermaßen okay, aber das restliche Team, ich glaube ich könnte mir ein Gold-Team zusammenbasteln, das sich für mich besser spielen lässt als das hier. Da war, bis auf Tony, was eine Überraschung war, war jeder Spieler absolut rotz, absolut absolut rotz. Ich habe die Weekend League geflucht, es war unglaublich und ich habe jetzt nochmal eine Frage an euch. Bitte beantwortet mir das, ob das bei euch auch so ist oder ob es wirklich nur bei mir so ist. Ich würde gerne wissen, warum das bei mir so ist. Ich habe eine Aufnahme, wir schauen kurz auf den Computer. So, hier sind wir jetzt und das ist RealDog seit drei Wochen bei mir. Also bitte achtet auf das da oben und bitte achtet auf die Millisekunden. Das hatte ich von 20 Weekend League Spielen hatte ich das 17, 17 Partien, 3 vielleicht nicht, aber 17 Partien hatte ich das. Bitte schaut euch das mal an und achtet hier auf die MS, was stehen und hier, was da oben passiert. Ich spiele damit 100, 140 Millisekunden, 133, 185, 140. Dann lagst du die ganze Zeit, die Spieler lassen sich nicht bewegen, es passiert nichts. Alles extrem verzögert und das habe ich seit drei Wochen und ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es nur unter den EA-Servern, liegt es immer im Internet, ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich Speedcheck mache, Speedtest, dann passt es eigentlich. Ich spiele es auch mit 5G auch, ich habe ihn auf DSL probiert, ich habe bei beiden die komplett gleichen Probleme. Bing ist bei mir ein bisschen höher, das weiß ich aber nicht so hoch. Nicht so hoch, so hoch ist er definitiv nicht und deswegen bitte schön sein, ob das nur bei mir so ist oder ob ihr die Probleme die letzten Wochen auch habt. Und jetzt schauen wir rein zu den Wicker League Rewards. Bevor wir in die Rewards reingehen, hier nochmal, ich habe die 12 Siege geschafft und der Torhüter war ja auch so ein schlechter Pick für das 1,85. Der war richtig mies und ich hoffe, dass sich es auszahlt. Für Fernandes, dass das eine richtig, richtig, richtig geile Karte ist. Nicht, dass ich dann komplett enttäuscht bin. Die Bags mache ich jetzt nicht auf, die hebe ich mir auf, denn ja, Wicker League Rewards glaube ich sind genug. Und da gehen wir rein. Übrigens, wenn Ihnen so ein ganzes Gefällt, Like, Abo, Kommentar nicht vergessen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, gehen wir hier rein in die Länderdinger. Die werden eh wieder absolut bohnenlos sein, genau wie das hier. Es wäre jetzt glaube ich Woche Nummer 4, wo ich nichts, oder Woche Nummer 5 sogar, wo ich absolut nichts brauchbares ziehe. Deswegen kommen, gehen wir hier rein. Wären wieder lauter 84er, oh sogar ein 85er, danke, yay. Dann gehen wir hier rein und, oh, Bruno Fernandes. Und das für mich ein bisschen spannender wird, machen wir jetzt kurz ein R3-Beg mit dem ersten Umgang. Oh, Messi. Nichts gesagt. Nichts gesagt. Nichts gesagt. Okay, hat Glück. Was kostet denn, weiß ich gerade noch. Da kann ich jetzt leider keinen Preisvergleich machen. Aber, mich fühlt es nicht mehr sehen. Ich schaue kurz auf den Fotbillen. Ach du Scheiße. Ach du Heilige, der kostet noch 2,7 Mio. Also, ey. Bisschen was. Bisschen was haben sie gut gemacht. Bei weit nicht alles, aber ein bisschen was. Junge. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der noch 2,7 Mio kostet. Aber danke, komm. Ey, weil das so gut gegangen ist, noch einmal ein R3-Beg. Einfach noch einmal ein R3-Beg. Ich schaue nicht hin, komm. Yay. Geh noch einmal was. Geh noch einmal was. Okay. Ferguson ist es nicht. Die Bini ist es auch nicht. Hoden vor Hoden ist es auch nicht. Den habe ich schon. Deswegen nehmen wir Foden. Der könnte relativ stabil sein. Nehmen wir den mit. Aber Messi. 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 Wie soll ich jetzt zacken? Wie soll ich jetzt zacken? Naja, da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Der kommt rein. Der kommt. Komm, Messi. Komm. Komm mit. Ey. Ich bin wieder gut drauf. Und ich werde hier einfach alle Bags öffnen. Da sind ein paar Schrott-Bags dabei. Wenn bei denen, die was nicht in der Weekly-League-Rewards waren, nichts ist, kippe ich das Ganze jetzt schnell. Komm. Rauf mit euch. Weil ich glaube generell nicht, dass ich irgendwas aus den Weekly-League-Rewards ziehen werde. Denn das haben wir die letzten paar Wochen gesehen. Obwohl jetzt ein Messi drin war. Aber ich glaube aus den Bags wird trotzdem nichts kommen. Ich habe ja insgesamt am Wochenende wieder über 100 Bags gezogen. Und da war auch absolut nichts drinnen. Da habe ich zwei von den neuen Karten gezogen. Die werde ich zum Schluss nochmal schnell einblenden. Und ja. Und ich glaube, ich werde die Bags. Ich öffne die Bags zwar, aber ich zeige sie nur, wenn irgendwas kommt. Wie ich es mir gedacht habe, war in den Bags gar nichts drin. Und bevor wir die letzten drei jetzt hier reingehen, zeige ich noch die zwei Sachen, was ich gezogen habe. Es waren wirklich nur zwei Spiele aus über 100 Bags. Die gibt es jetzt noch schnell, bevor wir die letzten drei Bags hier öffnen. Echt jetzt? Welchen? Welchen Mbp? Ja, einer. Minder. Ecuador. Ist das die Flagge, oder? Ja, Ecuador. Wird wahrscheinlich null Upgrades bekommen. Hier vier. Ja. Wird kein Upgrade bekommen wahrscheinlich. Was auch komisch ist. Ich weiß nicht warum. Normal ist da noch eine Spalte, wie sie die Upgrades bekommen. Die ist gestern auf einmal bei mir verschwunden. Und weg. Weg. Nie mehr aufgetaucht. Nach 1000 Bags der Zweite. Wie heißt der? Wie heißt der? Sesco. Nice. Und er hat ja schon das für, für Dings bekommen. Für die Chemie das Upgrade. Weil er gezockt hat. Die Karte sieht gar nicht so schlecht aus. Die Karte sieht echt gar nicht so schlecht aus. Ey, der Zweite. Der Zweite. Endlich. Endlich. Je nach 1000 Bags gefüllt. So, und das war's was ich gezogen hab. Ja, GG's. Also über 100 Bags. Kann man mal zufrieden sein, würde ich sagen. 50k-Bag Österreich. Gibt's keinen Walkout. Eigentlich eine Katastrophe. Die Kati ist es. Kati Naschenwank. Und ja, dann haben wir noch zwei Bags. Ein ultimatives Bag. Unten 85 mal 3 oder so. Oder mal 2 mal 3. Ich glaube, ein ultimatives Bag. Gönn du bitte was? Ja! Ja! Special Cut! Spannend. Ivo. Ah, da lag irgendwas hier. Ne? Double Walkout? Arena? Wer ist dahinter? Zeig's mir. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne den nicht. Ich sehe den Spieler zum ersten Mal. Was ist der Wert? Preisvergleich? Okay. 25k. 4-4. Ja, 99 Kopfball haben mittlerweile eh jeder. Angeschnittener Schuss. Das ist krass. Technik. Von den goldenen Playstyles ist er wirklich gut. Angeschnittener Schuss. Technik und schneller Schritt. Leider nix für Kopfball. Aber vielleicht mal auf die Bank probieren. Hier kommt alles rauf. Und dann gehen wir direkt rein ins letzte Bag. Komm. 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 Back to back was? Back to back was? Nein, es wird nix. Back to back. Dann war's das von diesem Video. Ich wünsche euch was. Hier kommt jetzt noch ein Oblak raus. Wie jetzt ein Double-Ock hat. Ah. Morgen. Okay. Dann war's das von diesem Video. Haut's rein. Ich wünsche euch was. Und ciao. Bis dann. Ah. too.